Ach, er ist am Sonntag wieder, okay, ist ja spannend. Oh, 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 warum die Track? Nein, jetzt kriegt der komische Dings den Kill. Oh, das ist doch so nervig. Weg da, ich nehme mir die Sachen. Den geblieben. Genau, springen die Kill. Ach, super, macht Spaß, der Bonus, Chad. Letztes Mal, dass ich den Bonus gespielt habe, oder? Ja, Wahnsinn, 6 zu 12 schon wieder. So, ich bin mal ins Schnauptoilette. Okay, bis gleich. So, Chad, kippt mal eure Beds ab. Wie lange braucht ihr Arty? Okay. Bad is over. Krittlicher Schaden im Coupola. Wollen wir auch beide gleich HE rotzen? So, mal richtig den HE nochmal rausholen. Hm, boah, wieder krittlicher Schaden. Ja, die GZ hat mir jetzt nochmal gegeben, ist ja super. Die hat sie gegeben? Ja. Fünf, vier, drei, zwei. Ach, jawoll. Ich hab mir... Ah ja. Das, also, das... Überlegt euch mal, die Scheißmaus ist hier drüben. Spottet die nicht. Der EBR ist da und spottet... Also... Ah, gut, okay. Komm. Wir wollen sich aufregen. Und dann fliegt der Schuss nach unten drunter durch. Und die Kanone ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. So viel hat gefehlt. So viel hat gefehlt. Ich glaub, er wird... Wird steht er hier oder steht hier. Eins von beiden. Da oder da. Ah. Pass mal auf. Pass mal auf. Ah. Das gibt's nicht. Ich bin so bad. In der Art. Ich war so drauf. Ich hätt ja so gefühlt, hätt ich dem 1000 Würde abgezogen. Und ich aim drüber. Einmal mit Profis. Tatsächlich, ey. Auf einmal machen die hier den übelsten Move, ey. Jetzt Hand aufs Herz, Algo. Schon mal mit dem Twitch-Kanal gepflexed. Noch nicht, noch nicht. Das ist mir immer unangenehm. Das ist mir erstmal unangenehm. Weil jeder denkt halt so, du bist Nerd. Unlucky. Tatsächlich hab ich jetzt mal mit einer geschrieben. Und dann, ja. Und sie hat meinen Namen so gegoogelt. Und wenn man meinen Namen googelt, kommt man nämlich unweigerlich auf Twitch und YouTube. Hat gefunkt. Sie war tatsächlich ganz interessant. Sie meint so, okay. Du laberst halt manchmal so Zeug, wovon ich keine Ahnung hab da. Also eigentlich dauerhaft. Aber du kannst dich schon gewählter ausdrücken. Vor allen Dingen dein YouTube-Video. Ist ich so. Wieso hab ich das doch gar nicht gesehen? Okay, nehmen wir so mit. Oh mein Gott. Payback. Ich hab jetzt einer gegeben. Er hat auch geschossen. Das heißt, du kannst auf jeden Fall noch einen Schuss machen auf den T43. Super. Und jetzt zurückfallen, lasse kommen. Stell dich gerade. Stell dich gerade. Ja, boah. Junge Assi, du outplayst den so krank. Das ist der Hammer. Nochmal nach rechts drehen? Schade. Aber das war... Assi, das war... So. Erstmal kurz erklären, was hast du gemacht? Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast, oder? Also, das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht bewusst, was du getan hast, oder? Ich hab mich einfach gedreht, hab ich gemacht. Pass auf. Dadurch, dass du deine Wanne unten gedreht hast, der zielt dir auch auf den Punkt. Und dadurch, dass du dich gedreht hast, hast du praktisch deine Wanne in dem Moment richtig gedreht. Ist natürlich auch ein bisschen Zufall. Ja, aber... Ja, es ist Zufall. Trotzdem, muss man ganz klar sagen, er hat daneben geschossen, weil du dich eben gedreht hast. Der hat ganz nach rechts auf deine Wannenseite gezielt. Und in dem Moment, wo er praktisch kurz vorher abgedrückt hat, drehst du deine Wanne nach links. Also, in die Gegenseite. Also, dass er abprallt dann. Er hat einfach daneben geschossen. Oder halt dementsprechend abprallt. Richtig. Genau, das nennt man Wiggeln. Wiggle, 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 wiggle. 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 Du Schlingel. Mit dem Komet da hinten. Der wird greedy werden. Warte mal. Scheiß auf ihn, ey, Jungs. Scheiß auf ihn. Egal. Fünf Sekunden, dann haben wir ihn auch. Er ist ja komplett in meinem... Oh. 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 Delikat, Jungs. Delikat. Wie ein leckeres Steak vom Grill. Delikat. So war der Schuss gerade. Groß und klein. Wir schauen uns das gleich an. Ich finde gleich ne Lösung, dass ich euch praktisch meint. Groß und klein. Teil ist meistens egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin abgeprallt mit einer Heat-Kugel am Turm vom EBR. Interessant. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Ich meine, ich habe mich nicht in die Ketten geschossen. Ketten okay. Da wäre es ein Critical gewesen. Aber ein Abpraller mit Heat. Da. Hau mal den E-Bow. E-Bow. Ich bin... Panzerung nicht durchschlagen. Bitte was? Der E-Bow ist... Das zweite Mal einfach. Alter. Aber der ist echt... Also der hatte echt gut Glück. Junge. Wie lange wird's streamen? Heute wird's streamen. 20 Uhr. Streamen. Decker. Was ist denn mit denen los? Hallo? Hä? Hä? Tatsächlich kann man nur Kopf schütteln. Über solch ein Verhalten im Random. Wirklich. Ja, scheiß drauf. Warum mich... Ach, der Borask ist da. Mensch, Borask. Hallo? Jetzt wird's suizidiert, Alter. Hälfte Runde AFK und jetzt wird's suizidiert. Das ist so typisch. Ja, Ketten am Rackmann-Candy, ne? Oh, Chat, passt mal auf hier. Der soll mal kommen. Den schlöfe ich mit 1100 weg. Mit Ansage. Mit Ansage, Chat. Schlöfe ich den komplett weg. Passt mal auf. Und... Ciao. Ja! Er brennt. Close enough. Close enough, Chat. Close enough. Du kannst doch gut damage machen. Ui, wer kommt denn da? Der Leopard. Wer ist denn da Double-Tracked? Ui, und wer geht jetzt raus? Ui, ein Feini bist du, Leopard. Ha, 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 ha. Der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock. Die Batchett macht dich einfach am Ende tatsächlich noch weg, ey. Der hat da absolut Bock. Und jetzt machen wir noch ein drittes Clip am Ende. Das ist halt, ey, tatsächlich das beste Beispiel, Chat, für... Man sollte nicht früh aufgehen. Wir machen jetzt noch ein kleineres Clip. Da bin ich mir ganz sicher. Ich schaffe es sogar noch ein Clip. Also ein weiteres Clip zusätzlich. 4.000 Schaden nochmal einfach oben drauf. Ohne, dass ich irgendwie mehr gekonnt habe oder so. So, ich bin der letzte Überlebende. Ich bieg jetzt in drei Sekunden raus. Genau, jetzt. Moin, Meister. Ah, ich bin abgewollt ein bisschen. Und noch ein Schuss. Schade. Aber einfach nochmal easy peasy noch ein paar Shots rauskullt. Und ihr merkt... 5.700. Ja, ihr merkt aber jetzt auch hier, liebe Freunde. Die bei der Kartenkunde dabei ja waren. Die kennen die Position, ja. Wer sich diese Position vernünftig angeschaut hat, der hätte jetzt auch das nochmal easy machen können. Rüberjumpen, nach hinten fahren, redleinen und einfach nochmal 1.950 Damage rausholen. Also, wir sind über 6.000, weil der letzte Clip war ja der letzte Schuss blind. Oder zwei sogar blind. Ich muss hier runter, ich muss hier runter. Warte mal. Hä? Yo, der ist ja noch fuß. Uh! Was ist mit dem los? Reload? Nur eine Minute. Kommt doch safe in eine bessere Position. Ah ja, perfekt, wenn ich hier runterfahre. Alles gut. Ich hab halt keinen HP-Heal mehr. Glaub er aber auch nicht. Einen hab ich noch. Geht raus jetzt, komm. Ey! Egal. Bitte, peek doch raus. Gönn mir den Kill. Gönn mir doch den Kill, Mann. Ich pralle ab. Oh mein Gott. Ich hab ihn noch geholt. Ich hab ihn noch geholt. Alter, Chat. Holy moly. Letzter Schuss. Letzte Millisekunde. Ihn noch penetriert. Er hatte tatsächlich noch ein Heal gehabt. Er hätte einfach nur stehen bleiben müssen. Er hätte die Runde gewonnen. Oh mein Gott, war das. Ich hab sechs Kills noch geholt. Und er am Ende noch drin, ey. Erster Platz gemacht. Und sechs Kills. Schmeckt. Ah, die Batschett hilft mir nicht. Und weg mit dir. Tschüss. Tschüss. Bist du aufpassen, dass es halt nur meinen halben Turm zeigt. EGAL. Es hat mich befriedigt, dass ich dem Progetto da komme. Es hat mich schon befriedigt, dass ich dem Progetto da runtergenommen habe. No, no, no. Troy, man. No. Troy is going down with that ship. Troy, you're so smart, man. Fuck you, man. Get him for fun. Get him for fun. What the fuck? Was? For fun, I'm stuck. I can get him. Nice. Castle, man. Yes, I can get him. Oh, no. I'm by the car. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Explain this. Oh, my God, I was banned, what? What? I'm banned until 20... I'm banned one hour, what the fuck? What? Wargaming, fix this shit. What? I'm actually banned one hour now. Deserve. Team Damage equals 10. The fuck? Ah, Fabio, sehr nice. Sehr nice. Sieht sehr lecker aus, tatsächlich. Ich hatte einen Leck und bin runtergerutscht. Das kann nicht sein. Chat, clip das. Wir schicken es an Wargaming. Das kann nicht sein. Ich will mein Geld zurück. Das kann nicht sein, doch. Natürlich. Cam? Oh! Lol, wie lange war ich denn jetzt bitte hier in diesem Modus drin? Huch, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ups. Hehehe. Hehehe hehehe.